Best of 5 Series. Peter Tihani gegen Axel, die X-Man Tischer. The Thing, just get it started. Es steht 1 zu 0 für den X-Man, der sich in Frankfurt in der Batsch Cup den ersten Punkt gesichert hat. Aber Axel, ganz ehrlich... Was, ganz ehrlich? Hättest du nicht gedacht, dass ich gewinne? Darum geht's nicht, ich bin neutral. Hättest du nicht gedacht, dass ich Peter ein weiteres Mal besiege, so wie ich es vorher angekündigt habe? Hättest du vielleicht gedacht, dass der Peter gewinnt? Hättest du es dir vielleicht gewünscht? Hättest du es dir in deinem kleinen süßen Herzchen vielleicht gewünscht, dass der Peter gewinnt? Nein, natürlich nicht, denn wir sind Kumpels. Peter Tihani, ich hab dir's gesagt und ich sag dir's wieder einmal. Du hast keine Chance gegen mich, denn ich bin der beste Wrestler, nicht nur unterwegs wie ich, sondern auch auf diesem ganzen wunderschönen Kontinent. Aber, Dan, mein Freund, erzähl es doch mal den Zuschauern. Wie hat denn der X-Man den Peter besiegt? Wie hat er sich denn den allerersten Sieg in der Best-of-Five-Series geholt? Erzähl es den Leuten. Du hast dir den Sieg in Frankfurt gesichert. Ja. Aber meiner Meinung nach mit sehr viel unnötiger Härte am Ende. Also, das am Schluss war wirklich nicht nötig, Axel. Nein, zum Glück ist es deine Meinung, weil kein einziger interessiert. Deine Meinung, meiner Meinung nach, war das genau das, was du verdient hast, Peter? Denn wer mich herausfordert, ich sag mal so, lernt durch Schmerz, mein Freund. Und das Flashback aus dem Karat-Finale habe ich da somit verarbeitet. Und Wrestling ist ein bisschen Psychotherapie, nicht nur für uns alle, denn auch für mich. Apropos Psychotherapie, Peter. Mein Freund Dan sagt dir, wo es als nächstes hingeht. Es geht für Peter Tihani in den Wolfsbau nach Dresden, in deine Heimatstadt. Die Höhle des Wolfes, ne? Oh ja, oh ja, Dresden. Peter, jetzt mal ganz im Ernst, ohne Flakflaks und ohne irgendwas drumherum zu reden. In Frankfurt habe ich dir nicht nur gezeigt, dass ich wieder einmal besser war, ich habe dich bloßgestellt. Und wenn du denkst, wenn du denkst, dass du nur einen Hauch einer Chance in meiner Heimatstadt hast, dann bist du tatsächlich wahnsinnig. Also freu dich drauf. Dresden am 22.04. meine Heimatstadt. Nicht nur ich, denn auch wir werden dich willkommen heißen. True Colors. Ab Moderation. Tihani gegen Tischer.